Hallo und herzlich willkommen auf Gutscheinrausch.de. Wir zeigen euch heute, wie ihr einfach hier einen G-Data-Gutschein von uns einlösen könnt. Dafür ist es erstmal erforderlich, die G-Data-Gutschein-Seite bei uns zu besuchen. Und hier im oberen Bereich werden gleich unterschiedliche Angebote oder Gutscheine angezeigt. Zum Beispiel gibt es derzeit 5% Rabatt auf die nächste Bestellung. Und damit ihr diesen Betrag auch sparen könnt, müsst ihr erstmal auf die Schaltfläche Gutscheincode anzeigen und Shop öffnen klicken. Es öffnet sich daraufhin ein neues Fenster mit einigen Details zur Gutscheinaktion. Hier oben kann man sich direkt den Code kopieren, indem man auf das Scheren-Symbol klickt. Darunter gibt es noch Informationen zur Gültigkeit, zum Mindestbestellwert und Einlösehinweise werden auch noch angezeigt. Im anderen Tab hat sich nun die Internetseite von G-Data geöffnet. Und hier habt ihr dann die Möglichkeit, Produkte in den Warenkorb zu legen, die euch interessieren. Ich habe hier bereits etwas vorbereitet, und zwar einmal die Antivirus-Suite hinzugefügt, die derzeit 39,95 Euro kostet. Ihr könnt direkt im Warencode nun hier unten links auf Gutscheincode eingeben klicken. Es öffnet sich dann ein Textfeld, dort müsst ihr einfach reinklicken, einen Rechtsklick machen, auf Einfügen klicken und danach nochmal mit dem Klick auf Aktivieren Sie Ihren Gutscheincode bestätigen. Die Seite überprüft den Code natürlich nochmal, der hier nun auch angezeigt wird. Das sind in diesem Fall immerhin 2 Euro, die wir hier sparen, und der Gesamtbetrag hat sich hier reduziert auf 37,95 Euro. Und so einfach ist es möglich, mit unserem G-Data-Gutschein etwas Geld bei der nächsten Bestellung zu sparen. Das war's von uns, bis zum nächsten Mal. Ciao!